Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video Bitcoin bei 55.600 US-Dollar. Wir haben einen weiteren Abverkauf heute Nacht gesehen. Nicht wirklich verwunderlich, ich habe ja schon am Wochenende dazu gesagt, dass dieser Move, den wir jetzt hier gesehen haben, diese V-Shape Recovery, nicht wirklich nachhaltig sein wird. Erstens ist es am Wochenende, zweitens Bewegungen am Wochenende sind nicht wirklich nachhaltig. Drittens haben wir unten noch einen kleineren Wig, beziehungsweise auf Daily-Sicht einen größeren Wig gebildet mit sehr, sehr viel Volumen. Und so ist es jetzt auch erstmal gekommen, wir sind bis auf 54.300 US-Dollar nochmal abgestürzt, in Anführungszeichen. Derzeit sieht es ein bisschen nach doppeltem Boden aus, wie wir das jetzt im Endeffekt traden können, ob wir das überhaupt traden, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer angucken. Wir werden natürlich auch auf Ethereum gucken, Gold, DAX und natürlich den ganzen anderen Sachen uns nochmal widmen. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir hier doch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonnier den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch außerdem alle Videos, die wir jetzt gerade momentan, Specs, Altcoins und sowas besprechen. Also kommt da rein. Außerdem, wenn ihr noch eine Börse sucht, wo ihr auch eure Altcoins kaufen könnt, momentan in dieser, in Anführungszeichen, günstigen Phase für einen kommenden Bullrun, kann ich euch nun die Börse Bingix empfehlen. Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber keine Zeit verlieren. Wir sind auf dem 4-Stunden-Chart unterwegs, zoomen nochmal etwas näher dran und da sehen wir schon, wir haben nicht mal mehr am Wochenende ein höheres Hoch bilden können. Das heißt, die Marke hier von 58.500 US-Dollar wurde nicht nach oben hin durchbrochen. Was mir sogar lieber gewesen wäre oder was wir am Wochenende ja sogar noch besprochen haben, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, war ja eigentlich so der Sinn, dass wir hier zumindest mal in Richtung 59.700, 59.800 US-Dollar in Richtung Golden Pocket kommen. Wäre sogar gar nicht so verkehrt gewesen, auch um hier oben dann eben diesen Short einzugehen und dann mit einem doppelten Boden, sage ich mal, hier wirklich eine schöne Erholung nachhaltig zu bekommen, ist leider nicht so eingetroffen. Deswegen jetzt erstmal hier dieses tiefere Hoch, also wieder eher was Bearisches, was wir hier ausgebildet haben, anstatt was Bullisches. Deswegen bleibe ich erstmal bei meiner Vermutung, dass wir hier nochmal ein tieferes Tief reinkriegen bis ca. 52.000 US-Dollar. Natürlich kann man jetzt damit argumentieren, die Masse geht davon aus, dass wir Richtung 48.000, 52.000 US-Dollar gehen. Ja, grundsätzlich schon. Deswegen für mich weiterhin erster Longpunkt hier unten, diese 53.000 US-Dollar. Das ist nämlich genau hier diese Ineffizienz, die hier gefüllt werden würde. Andererseits würde ich aber in diese Longposition auch mit mehr Positionen reingehen. Das heißt, dass wir hier mehrere Entries versuchen, hier rein zu hitten, weil eben, wenn wir eben hier dieses Hoch nur nehmen, dann wäre es 53.000, gehen wir hier aber deutlich tiefer, sehen wir, dass wir hier sogar bis 51.400 US-Dollar gehen würden. Und wenn wir jetzt eben auf den Tageschart noch runtergehen, ist halt irgendwie weiterhin eben dieser Punkt, wo man eben sagen muss, dass unser Golden Pocket eben hier unten in diesem Bereich hier eben bei 51.000 US-Dollar derzeit einfach liegt. Und das ist einfach so dieser Dreh- und Wendepunkt bzw. dieses alte Golden Pocket, wo hier eben unten drinnen liegt. So, dann ziehen wir uns nochmal das FIP-Level von unserem Tief, das heißt hier bei 38k bis zu unserem Hoch. Und auch da haben wir eben die Überschneidung bei 52.000 US-Dollar, das eben dort das Golden Pocket eben ist. Also ihr seht schon, die Überschneidungen in diesem Bereich bzw. hier auch perfekt mit eben dieser Ineffizienz auf Daily-Sicht würde sehr, sehr gut passen. Deswegen ist ab 53k bis runter, ihr seht jetzt mal zwischen 50 und 49k auf jeden Fall Long Area für mich, diese ganze grüne Box hier unten mit eben bis 49, 48k. Dort werde ich versuchen reinzulongen bzw. hier langsam die Position aufzubauen für eine mögliche Recovery dann eben nach oben und eine mögliche längerfristige Erholung. Auf Daily-Sicht der RSI auch natürlich deutlich abgekühlt. Wir haben hier noch keine Bullish-Divergenz auf dem Daily-Chart, könnte sich dann aber heute eben wie gesagt im Laufe des Tages dann ändern, sollten wir hier wirklich nochmal dieses tiefere Tief bekommen. Und meiner Meinung nach macht es auch am meisten Sinn, einfach hier diesen Preisbereich einfach abzuholen. Wenn wir das Golden Pocket getestet haben, wir haben öfters in einem Bullrun immer das Golden Pocket getestet, um von hier aus dann, sag ich mal, diese Liquidität und die restlichen Long-Positionen aus dem Markt zu schütteln. Ansonsten gibt es eigentlich wenig zu sagen bei Bitcoin momentan. Das ist jetzt erstmal so der Plan. Short für mich erst einmal tabu, für mich eher derzeit Long-Option. Aber wie gesagt, Montag immer nochmal ein bisschen aufpassen, ein bisschen vorsichtig sein und erstmal warten, was machen die Amerikaner, nachdem da letzten Donnerstag ja noch Feiertag war und Freitag jetzt auch nicht wirklich viel Bewegung war. Ethereum, relativ gleiches Spiel. Auch hier sind wir momentan in der größeren Support-Zone, hier am Pivot S2 auf Monatssicht. Wir haben auch noch kein tieferes Tief bekommen. Das könnte sich dann aber auch, wie gesagt, im Laufe des Tages heute ändern. Wir haben hier noch einen relevanten Punkt meiner Meinung nach und das ist dieser Tiefpunkt hier drüben bei knapp 2796 US-Dollar. Auch da natürlich dann im Endeffekt das gleiche Spiel wie bei Bitcoin. Doppelter Boden, Liquidität da drüber holen und von hier aus dann die Erholung starten und dann mal schauen in Richtung 3400 US-Dollar halte ich hier sogar für absolut möglich. Wenn wir uns hier drüben mal die Wicks angucken, wir haben hier noch eine kleine Ineffizienz, da schiebe ich mal das ganz kurz hier rüber, das wäre diese gelbe Linie und das könnten wir dann theoretisch auch als Stop-Loss hier benutzen bei 2700 US-Dollar. Wenn wir uns das dann auch noch angucken vom Prozentualen, während es so knapp 4% ist, also auch hier würde ich dann eher wahrscheinlich mit zwei Entries arbeiten, je nachdem wie schnell dann eben dieser Move nach unten hin kommt. Spotmäßig, wer nachkaufen will, vielleicht dann hier, das wäre jetzt hier im Endeffekt bei unserem Doppeltop hier die Support-Linie, vielleicht 10% oder 15% der große Einkauf für mich dann erst hier zwischen 2500 und 2400 US-Dollar. Ja, gehen wir rüber zu Gold, wie sieht es da aus? Hier haben wir weiter eine Rally, unsere Short-Position ausgestoppt nach drei Take-Profits. Die nächste, die ich jetzt momentan plane, würde ich sogar noch ein bisschen warten. Vor allem jetzt am Montag würde ich jetzt nicht unbedingt reingehen, eben wegen den US-Märkten noch. Wäre dann aber theoretisch hier oben beim 0786er bei den 2414 US-Dollar. Warum? Wir haben hier noch eine größere Ineffizienz. Das ist einerseits diese grüne Box hier. Das ist die Ineffizienz. Und darüber fängt dann erst eigentlich so der richtige Widerstand an. Also hier ab dem 0786er, dort könnten wir uns dann überlegen, ob wir hier die nächste Short-Position erst einmal eingehen. Weil Golden Pocket hier in Effizienz gefällt mir nicht wirklich, um hier jetzt direkt reinzuschorten, weil dieser nächste Move kann im Endeffekt direkt hier ins 0786er reingehen. Das heißt hier nada, wir warten erstmal ab. Wir hatten jetzt drei Take-Profits durch den Short. Der nächste wird dann auf jeden Fall hier oben folgen. DAX rüber, Freitag Abverkauf. Jetzt nicht wirklich sonderlich geil, um es jetzt ehrlicherweise mal so zu sagen. Vom Move her würde ich mir hier aber ehrlich gesagt auch lieber nochmal so einen Doppeltopf vorstellen in Richtung Monats-Pivot R1. 18.700 Punkte, bevor wir hier auch möglicherweise in einen Short reingehen. Andererseits muss man auch dazu sagen, es gibt mittlerweile ein bisschen positivere News. News, Ukraine, Putin, also halt Russland, Ukraine-Krieg und sowas. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Zwecks Short sollte sich da ein bisschen näheres drauf einstellen. Andererseits, wenn die US-Märkte abkacken, wird der DAX natürlich auch abkacken. Aber ich würde mir hier ehrlich gesagt ein schöneres Doppeltopf wünschen, auch wenn wir schon ein tieferes Hoch gebildet haben. Aber wir haben hier noch eine Mini-Ineffizienz. Wir haben hier einen größeren Wig am Freitag noch hinterlassen. Also da warte ich jetzt erst einmal darauf, ob wir hier noch einen Doppeltopf bilden, um dann möglicherweise auch heute im Laufe des Tages dann Short reinzugehen. Last but not least Euro gegenüber US-Dollar. Auch hier kommen wir langsam unserer Short-Position näher, nachdem wir sowieso schon Short sind, aber ich sage mal so die Position verdoppeln können. Wir haben noch eine größere Ineffizienz, die geht dann bis hier oben. Zirka unser Entry damals vom Short war hier oben bei 1,09 Euro. Das heißt, wir könnten hier ganz ohne Probleme erst mal unsere Short-Position verdoppeln beziehungsweise wieder auf Ursprungsposition nach oben hin machen. Also auch hier nähern wir uns langsam aber sicher wieder diesem Punkt, wo ich sagen würde, Position verdoppeln. Würde vielleicht ganz gut dazu passen, wenn der DXY dann auch mal eine Erholung startet. Wenn wir uns auch mal ganz kurz rüber gehen, weil der hat auch ordentlich verloren, hat aber auch perfekt hier oben reagiert in unserer Widerstandsbox. Und jetzt erst einmal, wenn wir uns mal das Fit-Level ziehen, von unserem Tief zu unserem Hochpunkt, sehen wir auch, dass wir hier kurz vor dem Golden Pocket stehen. Also es würde sehr, sehr gut passen, dass wir dann im Endeffekt unsere Euro-US-Dollar-Position, Short-Position dann erst einmal verdoppeln. So, damit seid ihr jetzt erstmal gerüstet für den Montag. Später kommt noch ein Altcoin-Update-Video, damit ihr da auch da auf den Stand seid. Ich habe es ja gestern, glaube ich, in die Gruppe geschrieben. Cake oder Algo oder sowas kommt heute auf jeden Fall noch. Und ansonsten vielleicht nochmal eine dringliche Warnung. Leute, lasst euch jetzt auch nicht komplett unter Druck setzen durch irgendwelche Altcoin-Käufe, Altcoin-Videos, dass die Altcoin-Season jetzt doch bald kommt und sowas. Die Leute halten immer noch daran fest. Es ist unglaublich. Sie sagen euch seit Monaten, dass die Altcoin-Season kommt. Jetzt dammt alles oder ist alles 30% gedammt. Und sie sagen immer noch, ja, die Altcoin-Season kommt bald. Lasst euch davon bitte nicht unter Druck setzen. Macht eure eigenen Analysen. Schaut euch vielleicht Videos an, aber versucht euch nicht unter Druck setzen zu lassen. Es kommen immer wieder gute Entries, aber jetzt keine Altcoin-Fromo oder Sonstiges bekommen, ist mir nur nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, angenehmen Tag. Lasst es euch gut gehen. Wetter ist gut. Und wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay quick.